Stärke. Es gibt sie, die Mauern, die mich blockieren. Sie zu zeigen, ich mich sehr geniere. Es war ja schön, es gäbe nur das Licht, denn dann wäre ich ja frei von der Krankheit und Gicht. Denn mir wird mehr zugemutet, als Licht zu verwalten. In mir ist eine Kraft, die wir Lichtvolles gestalten. Darum will ich annehmen, was mir kommt von Leben. Vielleicht kann ich der Dunkel von meinem Licht geben. So kann ich das Schwere in meinem Leben integrieren. Es hat Platz und ich muss mich nicht genieren. Mit der Zeit lässt nach das Dunkeln an Kraft. Denn mit der Zeit verliert es an Saft. Darum will ich zum Licht Sorge tragen. Dann lassen auch nach meine Fragen. Denn hinter allem ist die Liebe, die sagt, Leben ist immer etwas gewagert.